hallo ihr Limonetten ich habe gerade ja schon das Bitcoin Video aufgenommen wie ich da jetzt aktuell vorgehe und habe noch was lustiges gefunden da dachte ich mir so boah teile ich mit euch noch schnell ich wollte ja wieder mehr Videos aufnehmen ich habe hier einen interessanten ich kenne den Coin gar nicht ich weiß nur dass der relativ gut zu traden ist und wir haben hier eine wunderschöne Support Resistance Level das zieht sich schon etwas länger wir sind auf dem vier Stunden Chart und wir sind hier hoch geschossen wie verrückt und haben dann hier in diesem Bereich Ablehnung gefunden das ist ja relativ sauber also sehr selbsterklärend und sind dann hier über mehrere Tage tatsächlich jetzt abverkauft worden und dann sind hier gerade in einer Rotation rein theoretisch sieht das für mich tatsächlich ein bisschen also das sieht jetzt für mich tatsächlich so aus als wenn wir bullish wir sind aber im oberen Teil quasi einer Rotation den oberen Teil einer Rotation trade ich nicht long also haben wir wenn wir auf kleinere Timeframes gehen hier tatsächlich auch jetzt ein bärisches Pattern und haben hier eine Support Zone ihr wisst ja ich bin sehr also es tut mir immer wirklich leid für alle die so Aufregung im Leben suchen ich bin total langweiliger Trader das ist ein bärisches Pattern wir haben eine bärische Divergenz und wir haben hier auch gerade noch mal Support reingekriegt das heißt wir sind jetzt hier hochgegangen und jetzt arbeitet der sich langsam wieder nach unten und ich sage eigentlich immer der Anfang vom Kanal ist schon bei mir wieder Feierabend der Ende von meinem Trade das heißt das ist jetzt eigentlich ein interessanter Trade Ausstieg bei mir wären das die Null 0,0036 wollte ich euch wollte ich nur mit euch noch geteilt haben das sieht nämlich sehr sauber für mich aus gucken wir mal also er hat auch den Kanal immer sauber getradet die ganze Zeit also es ist eigentlich in Perfektion gucken wir gleich mal an was er daraus macht und zum nächsten Video das Bitcoin Video habe ich ja gerade fertig gemacht und schaut es euch gerne an ich packe es hier oben mit rein und jetzt erstmal zu diesem Trade ich teile euch gleich direkt meinen Bildschirm also relativ tiefen entspannt wir hatten hier diesen bärischen Kanal und wir haben eine bärische Divergenz gehabt wir sind hier allgemein in einem Widerstandslevel wir haben hier unten ein Supportlevel darum habe ich gesagt die 36 ist für mich tatsächlich eigentlich schon wieder Feierabend und es hat super funktioniert er ist hier oben rausgebrochen er ist hier oben abgelehnt worden wiederholt ist unten ausgebrochen ist direkt hier runter 3528 sogar also 0,0035 ich war hier oben schon raus hat dieses Supportlevel 1a erstmal akzeptiert das heißt für mich ist Feierabend ganz easy ich trade Kanäle ja am liebsten man muss bei Kanälen ein paar Sachen beachten vor allen Dingen in welchem Trend wir uns befinden darum gucke ich mir mal erst die Großwetterlage an und gehe dann runter auf den Timeframes wo ich gerne traden möchte so das war's wer so eine Videos öfter sehen möchte schreibt es mir gerne in die Kommentare ich werde jetzt hier versuchen solange zumindest wie ich auf Foto Ventura bin regelmäßig mal so ein, zwei Videos hochzuladen wie ich meinen Trading Alltag tatsächlich gestalte wie entspannt Trading tatsächlich sein kann wenn du Bock hast Trading Video Kurs zu machen andere Seite kriegt das noch raus blende ich euch mit ein meinen Trading Video Kurs unten der Link ist auch in der Beschreibung und folgt mir sehr gerne auf Instagram ich habe mittlerweile über 5000 Follower seid gerne auf Instagram aktiv kommentiert und 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 ich würde mich da total drüber freuen das waren die 25% Trades heute zusammen denn roundabout 35% 34% Gewinn gemacht besser kann so ein Trading Tag tatsächlich nicht laufen gucken wir mal es mal morgen machen ich freue mich auf euch Peace deine Decась Auf Wiedersehen du bist ihr seid ja people gerade